Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Letztes Mal haben wir zwei Rennen geschafft und damit die erste Voraussetzung für Vic erfüllt. Jetzt sind wir gerade an einem Mannstand an und wir versuchen gerade von den Bullen zu entkommen bzw. uns von denen verfolgen zu lassen. Die Musik geht natürlich wieder extremst ab. Als ob das so viele Leute wären. Das war jetzt dumm. Alter, das war noch nicht mal Stufe 2, das dauert ja noch alles. Kommt schon. Und bumm. Das gab da auch nochmal zusätzlich Kopfgeld. Alter, Verstärkung. Das ist ja ehelndes lange noch bis dahin. Scheiße. Baumsturm. Dieses Mal aber nicht. Also einfach mal vor dem rumtöckern, weil... Das ist doch echt gerade richtig scheiße. Also die Versteckung braucht so lange. Na ja, eine Minute müssen wir uns hier noch irgendwie... Äh, irgendwie noch eine Scheiße machen. Oder dürfen nicht Scheiße machen. Sonst geht die Polizei klar kaputt. Wir brauchen hier Kopfgeld. Komm mit. Gib mir mal dein Handy. Ist das jetzt dein Ernst? Ah, Dankeschön. Jawohl. Okay, Kopfgeld haben wir an sich jetzt genug. Äh, Meilenstein haben wir genug. Kopfgeld aber noch lange nicht. Bam. Sehr schön. Er hat es überlebt, aber egal. Macht nichts. Selbst wenn der Tor kaputt sein würde, wäre es kein großer Verlust. Alter, der ist der Einzige hier, oder wie? Sieht so aus. Ja, Polizei escorte wieder mal. Einstein, okay. All right. Check out. Schön gemacht. Komm. Gib mal Gas. Tschüss. Ach was. Laber nicht. Alter, die brauchen so lange, um Kopfgeld zu machen. Den Donut werde ich jetzt nicht auslösen. Und sie ist die Verfolgung bestimmt schon zu Ende. Darauf habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Das war eine schöne Breitseite. Uh, das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Können wir uns gerade noch so fangen. Ansonsten wäre das wirklich scheiße. Oh. Ist aber niedlich. Kommt jetzt. Auf geht's. Kommt Bullen. Ach so, Mann. Der braucht so lange. Autsch. Wehgetan. Okay, 10.000 Kopfgeld. Das ist schon mal nicht schlecht. Den Eimer müssen wir auch weghauen. Das sind auch noch Kopfgeld. 500, okay. Kommt mal, ist die Abkürzung. Oh Mann, ist ja da so schlecht. Der scheiß Bullen. Oh Mist, keiner von dir ist angeräumt. Ah, jetzt kommt gleich die Tankstelle. Schön. Und auf ins Vergnügen. Jawoll. Das tat aber gut. Ähm, Junge. Ich glaube, euch geht's so gut, ha? An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt. Ah, da ist er. Sehr schön. Wer? Dankeschön. Au. Und Baumstämme. Oh Mann. Das ist echt scheiße. Was ist bei dir passiert? Oh, eine Straßensperre. Ist ja süß. Oh oh. Oh oh. Okay, jetzt überschlägt er sich. So kommt er nicht weit. Ach ja? Wollen wir doch mal sehen. Ach du scheiße Junge. Ist denn das gerade im Ernst wirklich? Ich werde nicht kommen. Okay. Jeder hat mal seine guten Phasen. Ich glaube, den Ehren sind jetzt gerade vorbei. Golfplatz. Ja, komm, hauen wir ihn doch mal ab. Ist auch in Ordnung. Piss dich. Piss dich. Oh, da kommt noch einer. Miss, hier haben wir ihn fast erwischt. Macht nichts. Ne, das können sie nicht. Jetzt aber kommen Baumstämme. Mist. Seitdem liegt es halt aber nichts gebracht. Baumstämme. Mal gucken. Okay, 0,6 Kilometer. Fahr uns mal dort hin. Geil. Keine Jeeper-4S-Verbindung möglich. Fände ich nicht gut. Ja, mal hier lang. Ja, schön. Ich bin an der Straßensperre vorbei. Das schnellen Versteck rein. Anhande, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung, äh, Osten. Jawohl, das war's für diese Verfolgung auf jeden Fall. Ansatzleitung erbittet Absperrung. Östlich der letzte Karte bis Fahrt Richtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist weiterhin kurz sechs. 44.000, hoffentlich reicht es. Hier ist Mia. Ich hab ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Ja. Nett von dir. Aber warum machst du das? Naja, kann mir ja scheißegal dann eigentlich. Jawohl, herausfordern. Jep. Zwei Sprints. Sehr schön. Das muss aber nur noch lange nichts heißen, weil Weg ist einfach nur ein kranker Typ. Ein kranker Typ, Alter. Der ist so krass drauf. Oh, die Bullen am Donut stand. Okay. Okay. Übertreib. Okay. Ich muss gleich energisch sein. Oh, der Typ ist so krass drauf. Sag ich's doch. Ach du Scheiße, Mann. Krass. Was? Was soll denn das? Alter. Hallo? Boah, Alter, wie's aufregt. Komm her, du Spast. Aber der ist krass drauf, heute. Okay. Okay, das war nicht wirklich eine abkürzende, das war ja ein längerer Weg. Ach du. Heilige Scheiße, was ist hier passiert. Ich glaube, es war's. Das war's. Das kann man jetzt glaube ich streichen. Mann, Junge, was soll denn das? Boah. Das nervt. 8,36 Sekunden übertreib. Scheiße. Ich sag doch, gegen den kann ich einfach nicht gut. Wir haben zwar aufgeholt, trotzdem heißt das nur in der Lange nichts. Ja, wir haben wirklich aufgeholt. Drei Sekunden trotzdem. Ich glaube nicht, dass wir's packen. Boah, das war so klar, echt. Ne, das wird nix mehr, der ist schon im Ziel. Ach, Mann, zwei Federn, das war's dann. Naja. Okay, Leute, jetzt sieht, Vic ist eine harte Nummer. Im nächsten Part werden wir versuchen, es wirklich hart. Wirklich hart ranzugehen und es ihm heimzahlen. Und ihn vor der Blacklist 3 zu unterstoßen. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Check this out. 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 Bis zum nächsten Mal.